liebe janina lieber claudia ihr seid gerade beim abschied nehmen was nehmt ihr euch mit aus dem bio ressort mani sonnenlink was hat euch vielleicht hier bei uns besonders gut gefallen ich fange mal kurz an einfach wir sind ja vor fünf tagen angekommen nicht eine nicht so lange zeit leider hier verbracht aber und auch spät angekommen weil unser flieger verspätung hatte sind wir mitten in der nacht angekommen mit einer sehr guten wegbeschreibung muss man sagen und dann in der früh aufgewacht das war ein unglaubliches erlebnis ein wahnsinnig schöner blick aus unserem zimmer schon aufs meer den hang hier runter und das ging dann gleich weiter sind dann zum frühstück und da waren wir so positiv überrascht das war sehr frisches frühstück von gemüse und obst lecker angerichtet also wie eigentlich wie zu hause nur noch viel besser muss man sagen also alles bio wirklich toll im zimmer ja alles mit den farben sehr durchdacht und gleich ein wohliges gefühl der entspannung hat sich eingestellt auch der garten es gibt sehr viele möglichkeiten zur entspannung in hängematten und einfach sehr schönen plätzen zwischen den felsigen steinen wirklich und wir sind auch so schön aufgenommen worden auch von dir und auch von der daken also vom ganzen team auch nisameter wenn ich den namen jetzt richtig habe die kümmert sich um die verpflegung wahnsinnig toll also wir sind so der ausblick aufs meer einfach toll sonnenuntergang wir hatten auch noch gesagt dass wir haben leider nur fünf tage und wie wird das sein und jetzt nach zwei tagen waren wir schon so geerdet muss man sagen und entspannt und das nehmen wir jetzt hoffentlich auch mit nach berlin wieder schön ja bitte nehmt euch ganz viel davon mit nach berlin und vielen vielen dank für euer feedback wir kommen gerne mal wieder auf jeden fall das ist gebombt vielen dank